Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ghost of Tsushima. Man, man, man spürt regelrecht die Kälte, das ist der Wahnsinn. Was? Juso. Hallo. Oh, okay. Oh, okay, now. So, um. Das ist jetzt nämlich die Frage, ob ich erst das mit dem Feuer holen will. Oh. Ja, 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 ich glaube, das ist wichtiger. Bevor ich da groß mit Storyquests weitermache, erst mal stärker werden. Okay, now. Oh. Okay. Was ist hier denn los? Was ist hier denn los? Ich werde es nicht mehr verletzen. Es ist so cold. Gehen Sie an den Ort. Ich werde es nicht mehr verletzen. Aber... Ich werde es nicht mehr verletzen. Ich werde es nicht mehr verletzen. Ich finde es auch toll. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Dann schauen wir mal, was da oben wartet. Dann schauen wir mal, was da oben wartet. Dann schauen wir mal, was da oben wartet, was da oben wartet, was da oben wartet, was da oben wartet. War das überhaupt richtig in die Richtung oder müssen wir hier weiter hoch? Nee, das wäre schon über die Brücke gewesen. Dann schauen wir mal, was da oben wartet. Ja, 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 ja. So, letzter Versuch. Da oben ist Feuer. Oh Gott, so. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, dass es so schön ist. Und jetzt? Ich bin es fast. Ich bin es fertig. Ich bin es fertig. Okay, ich brauche erstmal einen Schluck zu trinken. Okay, ich brauche erstmal einen Schluck zu trinken. 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 Sag mal! Ich brauche erstmal einen Schluck zu trinken. Ich brauche erstmal einen Schluck zu trinken. Ich brauche erstmal einen Schluck zu trinken. Ich brauche einen Schluck zu trinken. Dann habe ich hier noch einen Schluck zu trinken. Ich habe heute einen Schluck zu trinken und wenn ich mich Quiplone verwende, den ich hier nahm. Ich brauche nur einen Schluck zu verschlefen. Ich brauche erstmal einen Schluck zu trinken. Hm. Das war's für heute. Ja wo? Ja wo? Ja wo? Alter! Das war's für heute. Ja... Ich bin sehr süß. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Okay. Das ist mein Lieblingsbund für unsere Eltern. Du gibst mir auch an. Du gibst mir auch an. Du gibst mir auch an. Nachdem ich mich mit den Hormen zu holen. Ich werde mich mit den Hormen mit den Hormen zu holen. Vielen Dank. 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 Gar nichts mehr. Yeah. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. 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 Nice. Purity of war. So. So, 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 Was soll ich damit tun? Das ist später vielleicht Story relevant oder so, aber langweil mich doch jetzt noch nicht damit. Komischer Vogel, ey. Ich nehme erstmal die Quest, die der eine da hatte, noch an. Weil Sidequests haben natürlich immer Vorrang bevor die Story wieder eine Stunde lang voranschreitet. So, 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 Ich habe ihn dort in einer anderen Stadt verletzt. Es gibt einen anderen VIP-Scheid? Ich habe ihn, Herr Herr? Er hat sich vor dem Herzen geblieben? Herr Herr, er hat uns geblieben, dass die weitere Erleitung in der Erleitung der Schleidung erledigt. Er hat alles geblieben und sich über den Schleidungsverletzten. Wenn Sie hierher kommen, er wird dann auch der Schleidung fliegen. Wenn Sie hier mit den Schleidungen umbauen, können wir den Schleidungen wiederholen. ja kommen dann wo wir doch auch gleich die erste da oben die q general dog shit mach mal ja ja dog shit Moment. Und dann... Ja... Du hast dich hier, Etzno! Oh, 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 oh. Was ist das? Loser! Das war's für heute. Bitte, 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 bitte. So, jetzt ist nur noch die Frage, was ist hier unten von der Technik. Ansonsten haben wir alles und Exploration könnten theoretisch. So, jetzt geht es hier. Sticky Bomb, die habe ich gerade Abgegradet Sollte 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 Was ist das? Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Da war ich doch jetzt schon. Oder ist da noch einer? Einer spielt da noch. Ah. Na ja, jetzt noch die Banner suchen. Kann ich mal die Suche hier anziehen. Also das ist der Fall der Fall. Das ist der Fall. Dann kommt die Banner. Das ist der Fall. Und das ist der Fall. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Ja ah ok konnte ich mir jetzt um die vergleichsgröße nicht einschätzen war der normal oder war es gut witzig aber ein glühwürmchen schlägt auch nicht an naja das sind sind das für das findet man auch einfach das glühwürmchen so Oh Nein Nein Ambulische Artefakte Records Was ist das? Du bist doch stein! Geh! Das ist doch! Was ist das? Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Na dann. Okay. Nee. Cool, dass es auch geht, aber das meinte ich doch gar nicht. Ich bin ein Wunscherz, aber ich bin ein Wunscherz. Nice. Ah, hey. Yeah. Dann wieder die Strike-Armor. Das war's für heute. bevor es aber weitergeht würde ich an der stelle die folge pausieren und dann können wir uns um den rest kümmern bis gleich